hallo leute ich bin legenkeller und herzlich willkommen zu einem neuen video in dem heutigen video möchte ich euch mal simpel radar vorstellen ich hätte sehr viele von euch werden die seite schon kennen für die leute die die seite nicht kennen es ist eine ganz einfaches radar beziehungsweise ein minimap für csgo die aber viel besser ist als dieser standard minimap und ja wir können hier unten okay bevor die frage gleich wieder in den kommentaren aufkommt das ist wagfrei das heißt ihr könnt im normalen matchmaking benutzen es sei denn ihr spielt isea facet wenn ihr irgendwelche liegen spielt dort ist es in der regel nicht erlaubt aber wenn ihr ganz normal wie ich einfach nur matchmaking zockt dort ist es erlaubt und ihr könnt nicht gebannt werden kein wachband bekommen denn hier haben die schon sieben maps gemacht acht maps werden sie noch machen und wir haben bisher schon 107 stunden da drin investiert und hier sieht man so einen kleinen vergleich das ist das original und das rechts hier ist die neue map dann sieht man hier zum beispiel das grüne ist das was fehlt einfach nur ein beispiel ganz einfach auf der normalen karten hier dieses bezahlhaus mit dieser kiste davor ist auf der normalen minimap gar nicht angezeigt und hier auf simple radar wird das perfekt angezeigt und dann gibt es halt noch falsche proportionen das heißt sie sind hier irgendwie kleiner als sie in möglichkeit sind ihr seht ja hier ist das so ein kleiner schwarzer fleck und hier auf der map ist es alles viel größer dann sieht man diese striche alles besser also das radar ist einfacher gehalten und meiner meinung nach auch viel besser dann wie hier zum beispiel wtf hier ist es einfach sieht es so aus als ob das eine gerade strich wäre aber in wirklichkeit kann man sich ja hier auf der rechten seite verstecken und hier sieht es so aus als ob man sich auf der linken seite verstecken könnte also sind die nicht mal gerade genau die original karten und ja wenn ihr das ganze downloaden wollt hier könnt ihr die ganzen noch supporten hier könnt ihr sehen halt der höchste hat glaube ich gerade 65 euro gespendet und wenn ihr das ganze downloaden wollt könnt ihr entweder hier wenn ihr auf alle drückt direkt alle downloaden ihr könnt aber auch moment ja entschuldigung vereinzelte karten downloaden wenn ihr wollt wir wollen aber das full package deswegen können wir einfach auf all oder auf full package gehen drücken dann auf download was ich gerade eben schon gemacht habe denn ich habe das video noch mal aufgenommen wobei mir halt eine erweiterung aufgefallen ist und ja wenn ihr es downloaden wollten müsst ihr es einfach wenn ihr steam in normalen 10 installiert habt einfach unter diesem fad machen wenn ihr steam nicht unter dem standard ordner installiert habt und nicht wisst wo ihr es installiert habt geht ihr einfach auf steam geht dann in eure bibliothek rein auf kontrastwerk macht ihren rechtsklick drückt dann auf eigenschaften dann hier lokale daten und dann lokale daten durchsuchen dann seid ihr schon in dem kontrastwerk ordner dann müsst ihr noch auf csgo gehen könnt ihr auch einfach moment da hier seht ihr kontrastwerk dann csgo auf resource overview das heißt wir drücken jetzt auf resource overview dann könnt ihr ein backup von den alten dateien machen ich habe hier schon backup weil ich das video gerade schon aufgenommen habe und weil ich euch ja mal gezeigt habe wie ihr diese minimap callouts bekommt und dann müsst ihr einfach nur die datei die ihr gerade runtergeladen habt moment falscher ordner hier ich habe es auf dem desktop ich habe es jetzt mal bla gemacht dann müsst ihr einfach ein rechtsclip mit windra einpacken oder 7zip je nachdem was ihr nutzt und jetzt könnt ihr das ganze einfach in den ordner ziehen und hier einfügen so wenn ihr das macht habt ihr die minimap schon bei euch drin nur was mir halt im letzten video was ich nicht wusste weil ich das video halt live alles gemacht habe ist wenn ihr jetzt die call outs also zum beispiel bei das 2a sport pit und sowas wenn ihr die auch in dem radar haben wollt weil so werdet ihr hier sieht man das ich kann das jetzt halt nicht öffnen weil ich keine dds dateien öffnen kann werdet ihr nur wenn ihr halt gerade tot seid habt ihr die ganzen calls wo was ist wenn ihr sie aber auch im normalen matches haben wollt müsst ihr hier die dateien am besten einfach einmal diese ganzen spectator dateien markieren einfach dafür steuerung für die leute die es nicht wissen gedrückt halten einfach alle spectator dateien kopieren die ziehen wir dann hier rein zack ich ersetze jetzt einfach mal im ziel so und dann können wir die hier das hätte ich nicht machen sollen ok steuerung set dann müssen wir nämlich diese normalen radar überall löschen so also wo kein spectator drin steht die könnt ihr löschen und die müsst ihr einfach alle umbenennen indem ihr das spectator mit dem unterstrich weg macht so zack dann steht da zum beispiel de cache radar das könnt ihr dann einfach hier rüber ziehen und so habt ihr dann auch die normalen call outs auf der map ohne dass ihr extra tot sein müsst damit die ganzen collapse habt und das müsst ihr dann einfach für jede map einzeln leider machen und ja wie ihr eure eigenen call outs machen könnt das werde ich euch im nächsten video zeigen also wie eure eigenen colors auf die minimap bekommt und ich hoffe mal das video war verständlich und ich konnte euch weiterhelfen bis zum nächsten video